Ich bin mit einem Kumpel unterwegs Richtung Wilhelmshaven. Die nächste Station ist Wilhelmshaven. Wir sind jetzt hier und fahren da hin und wollen da nachher ins Kiemen um 17 Uhr. Hier ist mein Kumpel geradet. Und einen besseren Platz haben wir auch nie gefunden. Wir sind eh schon fast da. Was will denn hier? Wir gucken, ob wir da nicht immer sitzen können. Wir können hier auch dahin gehen. So, wir sind gleich da. Und ja, mein Kumpel... Willst du so viel? Ich vermeide Süßigkeiten. Und dieses Deftige? Also ich esse mehr Eiprodukte und allem anderen. Eier und so. Was man halt so als Sportler so ne. Weil ich will auch nicht mehr so viel essen. Weil ich will auch gucken, dass ich mehr Muskeln bekomme, noch mehr. Und halt nicht zunehmen und... Also was heißt nicht zunehmen? Weil man Muskeln hat. Klar, dass man zunehmt. Aber ich will nicht so viel mehr essen und so. Will ich auch einstehen. Ich will kein Süßkram mehr fressen. Obwohl, dann dürfte ich ja das hier auch nicht. Aber... Was hast du abgebildet? Echt, ich trinke... Jaja, schon Tonne Märchen dann. Und ich trinke aber in der... Aber ich trinke in der Woche... Jeden Tag... Nur Wasser. Und ab und zu vielleicht mein Energy. Aber sonst trinke ich kein Eis. Hier klingt gar nichts Wasser. Ist das nicht da, das Kino? Ist das hier? Ja, ja. Achso, ich kenn mich da nicht. Ich weiß das nicht. Ja, 20 Jahre. Ich hab die nie gehört. So geht's aus. Jetzt ist hier die in Nordsee Passage. Ey, halt mal die Tür gleich auf. Ich hab die Hände doch voll. Danke. Danke, danke, danke. Hier nach Nordsee Passage. Willst du nicht noch irgendwo hin? Ach, da ist ja Dings. Ja, da ist das ja. Da willst du noch bestimmt hin, ne? Hier? Oder äh... Ich meinte... Hä? War hier nicht irgendwo kommt? Ja, da. Ach da. Müsst du ja mal das mal halten, ne? Willst du es abgeben? Ja, das kannst du doch trinken. Willst du es abgeben? Ja. Ja. Ja, aber du musst es halten. Ja, tu das doch irgendwo rein. In eine Jackentasche. Die haben das neue Box da drin. Ja, aber das andere vielleicht? Das ist halt aufgemessen. Naja, ich geh mal hier... Wo ist denn jetzt hier noch die Pfannen? Oh, da hinten, ne? So, ich geb das dann da gleich mal ab. Oh, man sieht mich sogar. Warte mal. Da oben, da sieht man mich. Darf ich mal da hin? Geh mal da vor. Wie gesagt, äh, ich schrede nochmal mit denen, ob äh... Ja, ist gut. Digga. Du siehst doch. War beim Friseur. Hast du gesehen? Na nicht, dass äh, du da jetzt irgendwas sagst. Und nachher sieht das einer von denen und dann sagen die auch, was ist das? Was denn? Hör bloß auf. Du willst es doch, aber ich mach hier... Ich hab so gemacht jetzt. Du willst es doch jetzt nicht reinstellen, oder? Ja, wofür mach ich das denn? Oh, ich mach das nicht. Ich hab das extra jetzt gemacht. Mach das mal weg, ne? So, jetzt hab ich hier 25 Cent. Oh, den Scheiß nicht rumtragen. Es gibt einen neuen Monster bald. Hast du mein Profilbild neuerweise gesehen? Ja. Ja, ja. Du mit deinem, äh... Mit dem Zug? Nein, ja. Das war von früher. Das war 2008. So. Jünger waren, so als Profilbildnummern, hab ich mir gedacht, dann mach ich das dann auch mal. So. Oder? Ist das verkehrt, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Oh, hier. Hast du mal Gönnergy gesufen? Die neuen Sorten? Äh, es ist... Ey, das haben die, wo wir bei deren zu Besuch waren. Bei wem? Soll ich sagen, das ist alles bei meinem... Egal. Scheiße. Digga, die haben Monster einfach für 88 Cent. Weil es gibt ne neue. Kennst du hier? Juiced. Die... Ey, jetzt kannst du... Äh, es gibt bald ne neue Monster-Sorte. Ihr seht hier. Von Juiced, ähm, ist alles hier. Das. Digga, für 88 Cent haben die hier einfach Monster. Äh, hier. Was? Auch Juiced. Auch Juiced. Und von der Variante gibt es bald eine neue Sorte. Äh, die soll mit so einer Frau, die hält so einen roten Apfel. Hast du es schon mal gesehen? Nee. Gibt es schon mit Pfand, äh, mit originalen gedruckten Pfandzeichen. Äh, soll demnächst rauskommen Mitte April. Mit einer neuen Ultra-Sorte. Äh, äh, Eistee Ultra, so ein Becher. Und, äh, ja, wie gesagt, neu. Jetzt müssen wir mal eben... Willst du hier was von haben? Da ist ein Bad Apple. Willst du hier was von haben? Ja. Eigentlich darf man davon gar nicht so viel trinken, ne? Eigentlich gar nicht gut. Ja, warte, ich hol kurz was. Eigentlich ist das gar nicht gesund. Was ist da? Ja, was ist denn? Das habe ich vergessen. Äh, äh, ja. Bei meinem Geburtstag hier, da haben Sie, ich hab äh... Hast du schon mal den lilanen oder was das war? Zwei, drei Dosen Red Bull. Es gibt ganz viel Red Bull bei meinem Geburtstag. Aber ich sauf nicht. Zwei, drei Dosen davon. Nee, zwei davon. Drei hiervon. Aber ich sauf nicht. Ja, ja. Zwei mal hiervon. Die habe ich nicht. Nicht, dass du das von... Hier zwei davon. Und dann... Das hier, vier Stück von diesen riesen Dingern. Ja, nicht, dass du... äh, gibt doch noch größere. Oder nee. Oder ist das die größte? Nee, nee, das ist die größte. Vier Stück davon zu mixen mit Wodka. Ja, ich trinke aber nicht. Und hiervon. Äh, zwei Stück. Und wo ist der blaue? Äh, der dunkelblaue. Ja, aber ich trinke nicht, ne? Sag ich dir gleich. Arschlöcker, die haben den gar nicht, den dunkelblauen. Weil, warum soll ich denn saufen? Äh, Yellow Hunt Blue da. Davon hab auch... Ja, aber ich wollte dir nur sagen, ich trinke nicht. Kein Energy? Ja, ich meine, ich trinke jetzt hier nicht irgendwelchen Alkohol. Kannst aber schön vergessen. Bier, ne? Nee. Biergang? Nee. Wie viele Leute trinken nicht? Egal, egal. Nee. Auf jeden Fall wollte ich es nur mal gesagt haben, das gibt es alles. Boah. Shit. Ich hab vorhin den Lewis Hamilton Aufkleber, den alten, auf dem Kühlschrank gesehen irgendwo. Aber leider nicht als Dose. Ist ja besser. So, ich nehm den jetzt mit. Es gibt... Äh... Hände rein? Boah. So, ich nehm jetzt den kalten. Und stell den anderen da rein. Kein Bock den Waren zu nehmen. Ich nehm den arschkalten. Ich nehm den fixieren. Oh! Oh, komm. Und du hier ... Oh! Hm, stimmt. was ist hier ... hm, lecker ... Hallo? Ja, ich ober. ey Sandro, es stinkt hier, naja, jetzt geht's, oh, Polenta, Polenta, so, da war gerade die Polizei, ich habe sogar schon mal ein Polizeiauto gesehen, wirklich, da ist ja Polizei und was dran, äh, warte, nein, erst 38, 15, 38, ne, wieso vorbestellen, du musst, was willst du denn vorbestellen, ja, dann geh da hin und dann sagt das, wir da um 17 Uhr das wollen, dann zeigst du dein Dingsdampbums davor und dann, äh, gehen wir das holen und dann kommen wir um 17, dann müssen wir aber noch vor 17 Uhr trotzdem wiederkommen, damit wir um 17 Uhr das nicht verpassen und damit wir noch was holen können, um 18 Uhr und, äh, was ist das, ja, hier, Kino, heißt das hier Las Vegas, ne, ist das, hä, heißt das hier Las Vegas Dance oder ist das jetzt hier falsch oder, oder wie heißt das noch, wie heißt das noch, ah, ne, das ist was anderes, das hier ist was anderes, ne, was, das hier ist was anderes, ne, so, das hier ist, glaube ich, eine Tanzbar, das ist eine Altbar, ach so, hier kann man auch saufen, vor Gott, na, oh, geil, morgen, ey, immer noch, wir haben's noch nicht mal 17 Uhr, 24, ne, äh, 16, 24, Ob da wo jemand, äh, Dingsdampbums, da spielt hier dieses Teil da, muss ja, wie nennt sich das denn nun? Ah, doch, da, haha, sag ich doch. Na, hast du ein Leberkäsbrötchen geholt? Hallo? Hallo? Ja, was ist denn das für Pömer? Hast du ein Leberkäsbrötchen geholt? Digga, wir haben sogar letztens, beim Mittag, Leberkässe gehabt. Was ist denn, du, ja, du solltest das Saug mal wegnehmen, ne? Dein Popcorn nicht, dass einer sitzt. Ach, das ist doch so geil. Wie lange kann man den eigentlich, läuft der noch im Kino? Ja, lange, der ist doch erst angefangen. Vanessa, auch noch gucken. Ja, jetzt ist es vorbei. Hier willst du den Rest haben? Nein. Ja, ich bin scheiße damit. Ja, vorbei. 40 wäre das zu. Junge, ich kann nicht alles tragen. 3, 2, 1.